Moin Moin! Willkommen zurück! Eine weitere Folge Castle of Heart exklusiv für die Switch. Wir befinden uns immer noch in Kapitel 2, allerdings Abschnitt 4 und nähern uns ja Kapitel 5, das heißt es wird wahrscheinlich den nächsten Bosskampf geben, aber probieren wir erstmal Abschnitt 4 fertig zu machen. Los geht's! Nutze Bomben und Mauern zu zerstören, kann man auch mit seinem Spezialschlag machen, nur mal so nebenbei, aber das soll uns nicht hindern die Bomben auch mal dafür zu verwenden. Ich bin gespannt. Okay, ich muss ein bisschen schneller sein, sehe ich gerade. Los geht's! So, ich dachte ich könnte irgendwie rüber springen. Hej, jajajajajajaja! Nee, ich muss einfach laufen, okay. Mit meinem Hitsprung. Jo, wir nehmen jede Falle mit. Boom! Ja. Fünfmal gestorben, gleich am Anfang. Beziehungsweise viermal. Nicht schlecht. Das ist nämlich mein Auftakt. So, da kommen wir denn da auf. Okay, komm. Okay, wir waren hier unten. Ah, jetzt weiß ich, wie ich da raufkommen. Warte. Und her. So. Man lernt ja dazu. Man lernt ja dazu. Wo komm ich jetzt lieber nicht ran? Das liegt doch gar nicht. Was hätt ich da machen sollen? Hm. Ich komme da oben in die Blockhütte rein auf jeden Fall. Oh. Warte. Das geht auch nicht. Hier ist ein Sprung. Wisse. Und dann? Okay, der Erste. Der ist ja schon mal nicht schlecht. Sonst brauche ich ja mal Jahre, um am Ersten zu rinden. Okay, da können wir nicht lenken. Ach, so ein Assi. So ein Assi. Hm. Ach, jetzt ist aber noch Feuer dran. Das ist ja cool. Okay, das war wohl nichts. Mal wieder war das nichts. Mal wieder war das nichts. Ich dachte, der wirft auf seinen Kollegen, aber das macht er doch nicht. So, jetzt können wir hierher kommen. Oh nein. Oh nein. Ja, super. Das wollte ich gar nicht. Aber macht nichts. Ich würde mein Leben eigentlich nur ein bisschen verlängern, aber das klappt doch auch nicht. Dann rücken wir einen her. Okay, hier nehmen wir mit. Wenn wir den Typen da oben irgendwie kalt kriegen, ohne dass mich jemand anderes... Jetzt rennt er da rum. Sehr gut. Ah, ein Schrein. Perfekt. Ups. Nein. Komm mal. Wieso krieg ich den Vogel oben nicht? So, alles kriegt er gar nicht. Ich konnte mich erwischen. Wenn ich jetzt tausche, kann ich dann kein Brenner mehr, ne? Richtig schade. Das Brennnetail ist ganz geil. Und den Schuss habe ich noch zwei Schuss. Mal riskieren wir es. Hey, es ist echt cool. Gehen wir oben rum. Guck mal, ja? Guck mal. Oh, perfekt. Bumum, ja. Gab es den zweiten Stein. Einen Schuss habe ich noch. Müssen wir für den Vogel. Dank dir, Vogel. Hier ist ein Schrein. Da ist es mir zu geil. Warum bin ich denn nicht weitergefunden? Eine gute Frage. Warum bin ich in die Bärenhülle? Gibt's doch gar nicht. Okay. Ich muss mal eilen. Oh. Das war klar. Das war zu wenig Energie. Das war's. Alles ist. Das war REALLY. Es ist gut. Was soll ich denn? Das ist ja ist. Das war's. Ich bin derart. Das war's. Derart. Ich bin derart. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin derart. Wir brauchen nicht ein Leben. Viel haben wir nämlich nicht mehr. Ja was drin hier hinten? Leider auch nicht. Naja wir haben aber ein paar coole... Okay, so geht's auch. Da muss man Prioritäten setzen, nimmt man das oben oder nimmt man die Dinger, aber ich glaube... Oh, was ist das denn? Eine Wasserbombe? Eine Eisbombe oder sowas, ne? Noch nicht schlecht. Ich glaube, es sind noch mehr. Gucken wir uns. Hätte ich mir gern geholt. Ich wusste nicht, dass es gleich kaputt geht. Naja gut, da sterbe ich ja, dann kann ich nochmal holen. Okay, wir gehen jetzt mal unten runter. Okay, nehmen wir mit das Ding. Okay. Okay. Hätte ich gecheckt, ob wir das genau war. So ein mieses Schwein. Okay, wie killen wir den? Ach, wir hätten auf ihn... Wir hätten auf ihn drauf springen wollen. Na gut. Zu spät. Zu spät. Krieg ich die Truhe da oben eben nicht mehr. Boah. Wieder in Falle. Boah. Mann, Mann, Mann. Hier oben was ist. Ah, das geht wohl auch. Das ist aber cool. Ich kann ihn durch die Wände erschlagen. Ist ein bisschen unfair. Aber für mich ist es fair. Okay, dann muss ich schnell sein. Oh, spreng! Oh, viel Energie verloren hier. Halt! Na, kann nicht sein. Ich dachte, da könnte ich jetzt so... Na, das geht wohl nicht. Hier oben mal eins. Oh, super! Was ist da oben? Kann ich nicht runter. Ich habe bestimmt ein paar Diamanten vergessen. Eigentlich. Lässt die nicht vermeiden. Okay, da kann man nichts machen. Wir schießen einfach nur. Oder was? Anscheinend. Dann runter. Oh, schaut euch das an. Ich gucke mal, die Saffe gegen die Axt. Okay, warte. Ah, schade. Mir fehlt der mittlere. Hab ich mir schon fast gedacht. Achso, hier ist ein Knopf. Dann kann ich doch... Oh, das holen. Okay. Brauchen wir nicht. Wir können auch hier wieder raus, ne? Oder vielleicht ist das Verkehr. Den ganzen Weg da wieder... Ja. Okay. Da gibt auch schon gleich wieder der... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Achso. Gott, ja auch fast gut. Oh, oh. Oh, oh. Oh, schade. Oh, komm. Hätte ich doch Steppenkommen. Na gut, komm mit. Vielleicht was anderes. so, einen Schuss haben wir noch ich brauche gar nichts ah ok nein oh das hat eieiei echt knapp blödes Viehchen hätte mal anders lösen können wahrscheinlich aber nimm die Speere da danke oh hätte ich auch getroffen müssen äh treppen ah guck mal hier voll Energie nein warum werde ich einen Vogel abschießen warum werde ich einen Vogel abschießen total unnütz gewesen total unnütz na egal oh das war ein Millimeter ein Millimeter fehlte da noch oh das war ein Millimeter boah ok ok Hände trocken wischen und weiter geht's ok das ist ja uncool aber ich glaube gleich ist auch Senders Level ok 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 alter Schwede eigentlich gar nicht so schwer aber irgendwie doch ok 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 warum trifft der dann einen Kollegen da nicht er hat mal seinen Kollegen gebraucht er hat mal seinen Kollegen gebraucht runter anscheinend anscheinend o na nein Ah, das ist ein Blüter-Fanzen. Oh, okay. super perfekt ja man sieht gar nicht so leicht ich würde sagen in der nächsten runde gehen wir mal den boss an ich danke fürs zuschauen hoffe ihr seid beim nächsten mal dabei bis dahin